Genau, doch, der war dabei, stimmt, stimmt. Schmeckt Adler? Ja. Mögen Adler, Wassermelone, Ali? Weil... Nein. Weißt du was? Weißt du was hilft? Dieser Wassermelone hat mich noch, macht Rambo. Diejenige Rambo macht mich noch Wassermelone essen. Ich glaube, Barella hat ihn. Was hast du gesagt, Adler? Kennst du Schapskiesel? Ja, diejenige Rambo macht mich noch Wassermelone essen. Dann sag auch nicht nur mal. Du hast ein riesen Problem mit Rambo, hab ich das Gefühl. Ja, hab ich auch irgendwie. Aber wir haben Sachen gespendet, dann hat er ihn blockiert. Rambo ist meine Tasha. Rambo ist King. Aber guck mal, Adler, du redest von Respekt und alles. Guck mal, ich hab einen Fehler gemacht, ich hab mich bei dir entschuldigt. Guck mal, Rambo ist hier nicht drin. Und du beleidigst ihn hier, guck mal, vor 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ich hab aufgenommen, ich hab Aufnahmen. Ich hab gegen ihn, bei anderer Seite gegangen und geschickt, geschickt, geschickt. Ganz Amin, der hat gesagt, Mordermarka. Aber hat er gesagt, bitte schickt? Du, guck mal, wenn jemand was schickt, dann muss er von Herzen schicken. Nein, von Herzen, guck mal, guck mal. Ich hab von Herzen für andere Leute geschickt, Rambo gespielt. Danach hat mich belackiert. Danach wieder gegangen und mit anderen Account Aufnahmen gemacht. Mordermarka hat gesagt. Aber wo hat er dich lackiert? Was soll das? Ja, aber das ist trotzdem nicht korrekt. Der ist nicht hier jetzt. Und du machst so, sagst der Kammer. Ist nicht hier. Hat er dazu, kann per Wort telefonieren. Entweder bei Insta, kann er machen. Aber warum hat er mich beleidigt? Mordermarka hat gesagt. Ich weiß ja nicht, was zwischen euch war. Zwischen mir nicht war. Mordermarka. Weißt du, was Mordermarka heißt? Die Barilo ist der beste Täter. Aber du geballert ja nicht. Ja. Ich glaub, der meint das. Ich geh nicht mit Rambo live. Ich geh nicht mit ihm zu reden. Ihr könnt die Menschen verarschen. Sagen sowas, Junge, das Hähnchen holt. Dann die Knochen sagt nicht. Was ist das? Mach sich sicherlich. Sagt sowas. Ist ein Steiner, ein Steiner. Ich kann nicht sagen Stein. Nein. Adler. Ich glaub, keiner hat verstanden, was für ein Problem du mit ihm hast. Bist du jetzt gar nicht? Ich hab verstanden. Aber er ist für mich kein Witz, kein Etwas. Aber guck mal, Adler. Ich hab Adler verstanden. Der will verraten, was der meint. Ja, Wallah. Was war das? Puff ihn, Puff ihn, Puff ihn. Ich hab alle Gehirnzellen aktiviert. Ich hab Adler hier. Genau, voll konzentriert. Bruder, ich kenn viele Afghaner, die sind alle so zusammen, Bruder. Du bist ja auch Afghaner, der ist ja auch Afghaner. Ich bin Afghaner. Was bist du denn? Ich bin natürlich Afghaner. Afghaner gibt es auch. Wir haben unterschiedliche Menschen. Weißt du, aber ich sage das nicht. Es sind tausend Leute, ja. Das ist nicht nur so. Er sagt nur achttausend. Warte kurz. Ich bin Nummer eins daher für diese andere Menschen. Aber die Leute anderer Menschen. Ich weiß das. Bruder, warum nimmt mich an? Als deutscher Livestream. In bester, bester TikToker. Engelgesicht, warum nimmt mich als bester TikToker? Und Nimiko, warum nimmt mich als bester TikToker? Und Ali, warum nimmt mich als arabisch bester TikToker? Und warum ihr nehmt mich? Woran das liegt? Findest du raus? Ja. Warum sind alle deutsche beste TikToker und ich bin arabisch beste TikToker? Ja. Aber warum? Ich spreche die arabisch unterschiedlich mit meinen Sprachen. Das wo er liegt. Ich habe mit ihm kein Problem. So, der nimmt dich nicht an. Der nimmt dich nicht in sein Live. Ich bin der darf. Ich bin der ähnliche darf. Ah. Er sagt, alle Menschen in sein Live. Nein, nein. Guck, ich habe es rausbekommen. Ja, ja, ja. Er will sagen, guck mal, jeder nimmt mich rein. Aber sein Landsmann nicht. Und mein eigener Landsmann nimmt mich nicht rein. Und er ist von seiner eigenen Stadt auch noch. Ja, genau. Aber... Oh, wir haben rausgekriegt. So, Pranallah. Woran das liegt? Grunde sage ich. Ich spreche Pashtoisch, ich spreche in Tajik. Das stink ich. Ah, wegen der Sprache. Weil er nicht richtig Deutsch sprechen kann auch. Nein, nein, nein. Die haben zwei verschiedene Sprachen in Afghanistan. Ach so. Und das? Viele Sprechen, viele Pashtuner. Aber beste, beste Pashtun mit mir ist meine Supporter zu sein. Beste, beste. Wallahi, ich bin stolz auf sowas. Aber jetzt verstehe ich. Okay? Und jetzt? Junge, man denkt, man denkt Sonderschule, Alter. Wallahi, wir lernen Deutsch alle zusammen oder was? Er hat uns umgebracht. Er hat alle Gehölzeiten. Das ist nicht normal. Jetzt stell dir vor, jetzt anders, Bruder. Der Typ macht seinen Realschulabschluss, der stellt ein Lehrer eine Frage. Wallahi. 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 Wallahi, eine Stunde, wir geben die Stunde, ist vorbei, Bruder. B1 auch reicht für Auseinander in Deutschland. B1. B1. Adler. Adler. Wallahi. B1, ich zeige euch, zwei Punkte fehlt, komplett habe ich. In der Klasse Deutschkurs, ich war Nummer Eins da. Adler. Ja, bitte. Hast du dein Hemd und deine Gardine zusammengekauft am selben Tag? Wollahi. Wollahi. Wie kommst du ab so? Wollahi, das ist jetzt die neue Beine. Welche sind die neue Beine? Wie seht ihr das Roman mit Süden, ja? Wollahi. Der hat семnen mitbekommen. Aber es gab es bis jetzt Teil. Der Gardine ist jetzt der Gardine. Er hat Kooperation gemacht, Kooperation. Mit Replika, Wollahi. Mit Zebra, mit Zebra. Ja, Allah. Mit Valentianger. Bruder, warum meinst du offiziell Adler? Weil ich bin wie ein Adler. So klein und flink. Wenn, wenn, wenn man den, wenn man den Frauen mit sehr guten Tag hat, wie Adler bin ich. Ich glaube, dass ich hole mich hierher. Fertig, Punkt. Wenn, wenn, wenn man einen Kumpel mit mehr guten Tag macht, wenn, ja, ich trage erst einmal keinen guten Tag. Ja, ich bin wie ein Adler. Wenn, wenn deine Freunde zu mir klauen, fertig. Dann sagt man, ich klaue mich, weil deine Frau so ist. Wenn meine Frau klauen wie andere Menschen, ihre Frau gehört mir. Fertig. Wie ein Adler, Bruder? Hast du schon mal jemanden seine Frau geklaut? Ich habe einmal geklaut von drei Stunden. Ja, Leute. Scheiße. Dann hast du Gurke mit Palau. Dann hast du ein Problem, ein Problem. Hey, hey. Der Adler erzählt immer irgendwas über Mango. Ich verstehe nicht, was er meint mit Mango. Mango, weißt du, was ist das? Mango, das. Ja. Das ist Mango. Ich weiß nicht. Gurke, weißt du, was ist das bei mir? Gurke? Gurke ohne Palau reinmachen im Garten. Was ist das? Diese Gurke, wir kennen sehr gut in Berlin. Wir geben viel Gurke. Gurke ohne was? Gurke, weißt du, was ist das? Gurke ohne Palau reinmachen im Garten, dann was passiert. Aber Gewürzgurke oder normale Gurke? Nein, die Gurke, Gurke egal. Das ist nur Gewürzgurke. Die deutsche Gurke sind groß. Barella, warum bist du so ruhig heute? Ich bin einfach noch mehr dumm geworden. Ich verstehe nicht. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Wir haben den Endgirten auf die Barella gefunden, Bruder. Du musst einfach immer nur Adler reinholen, Null! Hast du einen Freund gehabt? Eine Freundin? Hast du eine Freundin gehabt, Nabil? Ja. Hast du Mayonnaise raus geschafft? Mayonnaise? Ja, hast du getrunken Mayonnaise? Was ist das für eine Frage? Ich weiß nicht, was für Frauen du hattest, aber die normalen Frauen haben keinen Mayonnaise, Bruder. War Mayonnaise oder Nutella bei dir, Adler? Der hat einmal Geschäftsverkehr zu Shawarma gemacht. Ich glaube, die hat einen Atmoschlag. Wallah, jetzt nicht korrekt. Hey, weißt du, was hat die Männer? Von Gurka raus kommt Silikun. Silikun. Was für einen Film, Bruder, bei Allah. Also ohne Spaß. Ja, Bruder. Findest du das lustig? Ein Vorschlag von mir. Bei Allah, ich verstehe gar nichts, Bruder. Hieroglyph. Bruder, der versucht auf Krampf irgendwas zu sagen, Bruder, was so... Er soll nicht bumsen, Wallah, ich verstehe den nicht. Er ist Schock im Kopf. Aber ehrlich, guck mal, wir haben gelacht, Adler, alles schön und gut, aber langsam geht es in die falsche Richtung. Wallah! Bleib bei dem, was du gut kannst, nicht irgendwas auf Kampfe suchen. Was Kampfe suchen? Oh... Also ohne Mayonnaise. Ich kann nicht Wittner machen. Ich möchte nicht Wittner machen. Ich mache links diese Leute. Auch wir Ausländer, viele in Deutschland gekommen, nicht Schule gemacht, hat nicht beigebracht, Schüler. Wenn ein Deutscher geht Schule, diese Sache bringt bei, das ich bringe die Leute bei, mit Akkusativ. Das kann ich gelesen. Aber nicht mit Gurke und Mayonnaise. Natürlich, Gurke und Mayonnaise sage ich nicht, der Redname sage ich Gesperde. Aber was machst du mit Gurke und Mayonnaise? Machst du mit Frau Niedelsalat oder...? Hey, wenn du eine Frau hast, du machst das nicht, die Frau liebt dich nicht einfach. Aber guck mal, ganz kurz, Adler, wenn du eine Frau hast und du was mit einer Frau machst, dann ist das zwischen dir und ihr. Dann gehst du nicht... Natürlich, die Frauen müssen wissen, die Frauen müssen wissen, mit wem muss ich zusammen sein. Und deswegen hab doch ein bisschen Respekt vor der Frau. Ein Tipp von dein Bruder, wenn es Mayonnaise kommt... Sag ich, ich mache diese Augen auf von den Leuten, von den Frauen. Adler, Habibi, wenn Mayonnaise kommt, die muss schnell zum Arzt. Da stimmt was nicht, Bruder. Ja. 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 Nein, nein, ich packe gerade nur kurz Tankstelle. Nein, ich saß gerade im Auto. Bring mal Red Bull mit. Ich saß die ganze Zeit im Auto. Warum hat er gesagt, ich bin Red Bull und Jungslöscher? Allah übertreibt. Wer? Ja, man bist du nicht verwandt, Alter. Ali, Ali hat gesagt. Warum, Ahmad? Würdest du nicht Red Bull holen für deinen Bruder, wenn ich da wäre? Natürlich, Bruder, Alter. Ich hole euch alle Red Bull. Oh Allah. Wenn du gleich da bist, frag mal die Mayonnaise haben. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, ich glaube, ich bin... Ich kann es mal nicht. Adler. Ha? Ha? Ha! 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 Was ist peinlich? Das Video von Rambo habe ich gestern, vorgestern gesehen bei einem anderen Account. Oder lass... Adler, lass Rambo. Warte, warte. Sag ihn das. Ich mach peinlich. Sieh man mich? Ich mach ihn nicht. Weißt du, was hat er gesagt? Hey, Rambo, was ist das? Das ist Flugzeugkantolär. Flugzeugkantolär. Mich hat gesagt, Flugzeugkantolär. Das ist wie, 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 wie das kann sein. Sag mal einfach Fansatour. Warum ich geh jetzt nicht so an. Ha! Aber... 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 Rambo kann mein Insta hat und so kann auch jederzeit angerufen. Hilal. Warum nicht? Ich will unbedingt einmal in sein Leben mit Rambo live. Barello macht doch Knaffi. Hä? Haben wir Mayonnaise für die? Mal hier. Diesen Adler. Mit zwei Freifahrern. Denkst du diesen offiziellen Adler? Wer hat Autos... Ich mach mal mehr. Einige Autos fahren. Ha! Ha! Achmat! Achmat! Bist du Tankstelle, Achmat? Bist du Tankstelle? Ja, ja. Ich hab ihn gerade... Bitte frag, ob die Mayonnaise haben. Bitte frag, ob die Mayonnaise haben. Sag, gib mir, gib mir, ich sage, nimm diese Mayonnaise. Nein, ich sage eine andere, meine ich sage nicht. Morgenposten steht... Es gibt hier keine Mayonnaise. Warte, warte. Sag mal, bei morgenposten steht, sagt man, diese Mayonnaise von Dachemann. Warte. Sag mal. Was sagst du? Sag mal, bei morgenposten steht da. Nummer, hast du Nummer bestimmt, ich rufen an, sag mal. Wala, ich hab gar nichts verstanden. Ja, du verstehst du nicht mit Tankstelle? Wenn ich zurück bin, starten wir oder starten wir nicht? Ja, Allah, ich warte noch auf dich, wala. Sag, wala, wir starten direkt. Inshallah, Ya Rab. Inshallah, Ya Rab. Inshallah, Ya Rab. Bruder! Guck mal, damit das nicht jeder versteht, ich frage jetzt Adi auf Arabisch, okay? Ja, ja, ja. Ich verstehe auch Arabisch, Bruder. Adla, wala, du verstehst nicht mal Deutsch. Hey, Pinal. Ja. Pinal, mein Taxifahrer, kannst du mich bitte abholen? Wenn ich zurück komme, ja. Ach, wirklich? Ja, du verstehst nicht. Ha? Ich mache... Mann, hattest du schreckt mit Balebo? Ich bin bei Balebo. Warte, ich bin durch dich. Ja, Abu, Kellew, Yarr. Ich mach mit Balebo... Hey, Männer, Männer, ich küsse, herz! Männer, Adla! Ja. Wir haben 2.35 Uhr, in 3 Uhr komme ich wieder live, ich komme wieder als Gast, ja, ich bin müde. Oh, ich gehe auch hin. Ich gehe auch hin, ich habe mich verletzt, ich bin auch fit. Wala, keiner folgt mehr, haben wir nachgegeben. In 3 Uhr. Alle folgen, alle, Bilar folgen. Leute, macht alle Plus weg, die nicht Plus weggeklaut haben. In 3 Uhr komme ich wieder live, Leute, macht alle Plus weg. In 3 Uhr komme ich wieder, Leute, ich habe keinen Akku mehr, ich habe nur noch 10% und so, ja, Ton, 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 Egal. Plus weg. Elmin, danke, danke an Ihren, Leute. Guck mal, jetzt.